Moin Leute! Ich bin jetzt live auf Twitch. Ich werde dort über die Xbox Cooking Simulator zocken. Das ist ein Koch Simulation Spiel. Wenn ihr Bock habt könnt ihr gerne auf meinen Twitch Kanal schalten. Sehe Beschreibung und könnt mir zuschauen. Damit ihr keine Videos mehr verpasst könnt ihr mir gerne auf die Glocke klicken. Dann werdet ihr in Zukunft immer informiert wenn ich über Twitch übertrage.